Wir sitzen auf 90, weil dann geht es einigermaßen noch. Ich nehme gerade auf, ne? Also, wie habe ich das denn? Ja, habe ich. Hast du ultra high 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 high? High high high? Was ist hier in Lazing high? Ähm, ja. Pausing aus. Wer schießt da? Pauschen weg, warum ist das an? Da gehen keine Scheiben kaputt. Bei was? Ja, hier hinten gehen noch keine Scheiben kaputt. Ja, ja. Die schiebt irgendwo auf ne Mauer oder so. Das geilste ist hier die Mauer, wenn ihr auf die schießt. Warte, hier vorne sind kleine... Und das Schild geht auch nicht kaputt. Man zu Ende. Und ich habe ganze 33 FPS. Oh, jetzt habe ich... Im Lazingo habe ich 60. Also, ich habe hier momentan, habe ich hier jetzt 60 FPS. Ja, jetzt. Im Lazingo. Nö, ich bin ja hier drin. Äh? Ich habe jetzt gerade beim Aufnehmen, aber gut, es ist auf 30 Frames habe ich das... Seid ihr in einem anderen Match gelandet als ich? Ähm... Oh, es brennt, guck mal. Also, wir sind hier im Moment, Moment, zwei Leute, du bist rausgeflogen. Aha. Wo bist du hin? Im anderen Match drin gelandet anscheinend. Ja, weil du warst eben ja der Name gewesen. Ja, bei mir war das Match zu Ende. Ich finde das aber schön, wenn so eine Map die leer ist, oder du ein bisschen rumheizen kannst. Und die eigentlich immer ganz lustig sind. Ah, ihr seid auf den ML-Server gegangen, aber nur auf den SE-Server. Also, ich bin nur... Ich bin der Palme nachgesprungen. Oh, ich bin auch einfach gejoint. Thomas, das Gebäude steht glaube ich noch, das ist alles noch so farbig hier. Ja, das steht noch. Wo ist das? Dann folge ich euch mal auf den Server. Ich liebe es, das Ding kaputt zu machen. Oh, warum? Es fällt immer gleich ein. Das ist so Gottverdammt langweilig. Nein, du musst die Perspektive ändern. Obwohl, Thomas, übernimmst du den Panzer und ich spring mal oben drauf gleich. Wie du möchtest. Und dann mit dem Fahrstuhl fahre ich nämlich nach oben. Wenn das Ding kippt, ich bin jetzt mit dem Fallschirm runtergesprungen und hab das dann von außen so aufgenommen. Das sieht richtig toll aus so von oben. Oh, guck mal, es rumpelt schon. Ja, ja, klar. Daneben geschossen. Warte, ich renne schon mal da rüber. Geil, ich bin ein Spot. Was? Ah, lol. Okay. Hier sind ja echt viele Leute drauf auf dem Server. Reicht. Aber noch nicht ganz kaputt machen, Thomas, oder? Nein, der rechte Pfeiler steht ja noch. Hätte schon ein bisschen zum rechten angefangen. Hätte noch bitter im Stickfeld gehabt. Sicher, dass er noch steht. Ich sehe den nicht. Okay, das Gebäude steht ja noch. Es sind vier Pfeiler. Ja, ich sehe eins, zwei. Und der andere fehlt. Eins, zwei, drei. Und der rechte ist ganz rechts. Ach, da ganz hinten in der Eck. Ja, ich hab ne gesehen. Kannst du ja schon mal da hinfahren. Hier, wunderbar. Hier, diese 4K-Displays finde ich voll geil. Schon mal nah da reingegangen, kannst du ja einzelne Pixel zählen, ey. Oh, hier kannst du mit Lichter ausschießen, wusste ich gar nicht. Ja, bei manchen Stille geht es. Aber die sind dann auch wieder da. Oh, ich bin da oben. Countdown. Ey, nein. Was für ein Countdown? Ich will doch ja nicht... Da hat irgend so ein Dipgejoint, dass immer vier Leute. Na toll. Oh, die Hütte fällt. Hütte fällt? Ja. Ja, und genau jetzt spawnt der, ey. Verdammt noch. Ist doch nicht mehr wahr. Doch, ist wahr, siehst du doch. Und manchmal kommen sie drauf und gehen gleich wieder runter. Das ist so zum Konten. Ich weiß auch nicht. Jetzt sind wir hier zu dritt auf dem Zeitraum. Zu viert auf dem Server. Geil. Ja. Ich will eigentlich nur das Gebäude einstürzen sehen. Also von oben, weißt du. Wenn ich oben bin, will ich dann mit dem Fallschirm da runter. Ja. Du meinst, wenn es kippt, eben noch schnell noch so eine Scheibe aufschlagen und dann raus, da raus, da raus. Ja, das habe ich gestern gehabt. Das sieht doch echt total geil aus. Was ist da oben? Ach. Alle mal in den Panzer rein, oder was? Thomas sitzt schon in den Panzer und ist auf dem Weg. Ich folge dir unauffällig, aber du machst ja schon die ganzen Bäume implantieren. Audio... Und runterstellen. Ich häng hier so halb im Wasser, jetzt bin ich ganz im Wasser mit dem Panzer. Thomas, ich muss schwimmen. Wieso kann man hier eigentlich schon auf dem Wasser stehen? Das finde ich ja voll geil. Egal. Oh, so rumpelt. So, Stütze Nummer 1 ist hinüber. Ja, jedes Mal, wenn die Stütze kaputt geht, rumpelt sie. Oh, der andere fliegt mit dem Heni da drüben. Wegen dir ruckelt es jetzt hier ganz schön. Oh, ich glaube, der Marvin kommt mit dem Panzer. Irgendeiner sitzt da hinten mit dem Panzer. Bitte nicht auf mich schießen, ich will einfach nur auf das Gebäude hoch. Was machst du? Obwohl, der vierte, der hört uns gar nicht. Na toll. Der schießt mich gleich ab der Sack. Ich weiß gar nicht, ob welchen Stützen ich schießen muss. Vorne, die sind nur an der Front vorne, da wo die zwei Löwen stehen. Also zum Wasser hin. In vier Stück. Heli. Oh, der Heli. Ja, der fliegt hoch. Der will die Dinge holen. Den hole ich gleich da runter. Der Punkt. So, wenn Zeit hast du dir dann mal hochkommst, ne? Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich glaube, ich schieße auf die falschen Stützen. Ja, die sind beim Wasser vorne, Marvin. Ach so, beim Wasser. Ja, ja. Die sind angeknabbert, die Stützen. Ich habe ja dann noch einen Schuss und dann fällt das Ding. Jo, der ist mit dem Heli hier oben. Jo. Mach dich bereit da oben. Mach Bescheid. Oh, da vorne fährt er ja rum. Oh, jetzt will er mich mit dem Heli abschießen oder was? Genau. Ähm, bist du bereit da oben? Ja, ja. Oh, es stürzt schon. Die Hütte müsste fallen. Jawoll, die Hütte kommt. Ja, super. Und ich stehe unten drunter. Ja, und sag schon mal auf Wiedersehen. Nein, ich schaffe das hier noch raus. Was? Oh, geil. Doch. Von oben sieht das nämlich ganz toll aus. Das sieht hier aus wie Tetris. Ja. Vor allem hier ist wieder im Wasser versinkt. Das sieht so geil aus. Herrlich. Ich habe es nicht geschafft. Oh, hat es dich eingegraben jetzt oder was? Ja. Ja. Ja, das ist übrigens das, was ich vorhin meinte, Thomas. Das ist grau zu grau in zwei Sekunden, weißt du? Genau. So, ich habe es jetzt dann auch aufgenommen. Fahr mal zu P hin dann. Äh, zu A. Ah, Flag Captured. Der Typ schießt schon auf mich. Das finde ich aber gar nicht, ne? Wie der schießt auf dich. Der mit dem Panther. Äh, mit dem Heli. Ist er immer noch im Heli? Ja. Oh, hier läuft... Ey, cool. Hier gibt es sogar Dinge. Winkleranleitung. Ehh. Ehh. Sieht ja sesslich aus hier. Alle sind so zu gestorbt, ey. Mal eine Putzfrau anstellen. Und ich hab ihn. Jippie. Ich hab ihn abgeschossen mit dem Panzer. Jippie. 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 Oh, was ich gerade ein bisschen geschabt hat. Jippie. 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 Ich hab gerade Umfeldscan freigeschossen hier. Boah, hier die Lichteffekte. Boah. Wahnsinn. Du darfst hier gerade langen. Hier kommen rechtwärtige Strahlen rein. Das lag nicht. Du bist von hinten von dem Jeep angegraben. Du das, oder was? Ja. Deswegen. Ich wundere mich die ganze Zeit. Haben wir was? Das Jeep ist hier durch die Gegend. Also so nach hinten zu schießen, triffst du das Ding aber auch nicht, ne? Boah, ich hab einen Panzer hier. Ich werde erst mal hier das Gebäude zerschießen. So trifft man. Jaja, ich weiß, du kannst da auch einen Panzer drauf, ne? Ja, aber ich hab ein bisschen bei der Zeke geklappt. Oh. Aber ich kann leider nicht ganz nach oben. Oh, der Heli wieder? Hi. Wo ist er? Wo ist der Heli? Er holt wieder... Oh, Achtung. Spar mal da rüber. Oh, die Figuren fallen ja um. Wie süß. Oh, was haben wir hier denn? Ich bin geplatzt. Ah, schepper, schepper, schepper. Die Fahrrad, wer steht hier? Ich bin dran. Schieß doch mal. Ich hab keine Munition mehr oder was hier? Hallo? Hab ich doch gewusst. Die Zaun stellt sich oben drauf. Uiuiui. wo ist denn vor? Oh. Geruch. Wer war da... Was war denn das? Wer war das? Hallo? Wer war was? Hallo! Wer schießt denn hier? I bin im falschen Test. Tschö. Ciao Ciao! Bes Aires ustichen Jews un angle biosp duties. Ich hab gedacht, dass ich Autobbel mal den Panzer geglaub er. Genau. Boah, schepper! ich höre irgendwie ein heli ich stehe auf irgendeiner schwulen brücke ich glaube ich fahre jetzt mal die brücke runter, mal gucken ob das funktioniert oh hier ein vollgas oh das geländer oh da kommt er nicht drüber er kommt doch drüber oh hier ist special effect ich habe einen heli die durchgegangen soll der heli fliegt doch noch da oben bei einem anderen heli irgendwo war der heli oh war Wir haben den Objektiv-Bravo genommen. Objektiv-Echo ist aus unserer Kontrolle. Wo seid ihr? Ich versteck mich. Wart auf ein Heli. Thomas, der steht irgendwo hinten. Soll ich dir sagen, Marvin, wo er steht? Was ist der Kerl da? Aua! Komm, bring mich um. Das hab ich mir gefunden. Jetzt freut er sich, wie er rumhopst. Ich hopf immer so dumm rum. Jetzt ist das aber nicht nett. Jetzt holen sie hier zwei Punkte. Ui, was haben wir hier denn? Das mysteriöse Boot, das vom Himmel fällt. Wer ist mysteriös? Wer fällt im Himmel? Das Boot. Auf dieser Map. Oh, klatscht voll vor die Wand. Fallschirmspringer. Ach, ich stehe auch mal Fallschirmspringen. Was haben wir denn da hinten? Fahrstuhl fahren. Lalalalala. Macht immer so viel Spaß. Ich zerstöre jetzt erstmal hier die Küche. Was gibt's denn zu essen? Äh, warte. Ich bin über dir. Also, gespült ist es auf jeden Fall. Und hier. Ja, der Herd ist kaputt. Gibt nichts mehr zu essen. Der Herd ist kaputt. Ich hörte Heli. Guck mal, ich hab Physix gefunden, Alter. Ich spiel grad Flussball mit dem Schrank hier, oder was? Das ist Spüle. Okay. So. Gucken, ob die schwimmen können. Aua, ich hab Aua. Gib mal mal ein Medi-Packi. Ich hab Aua. Wo bist du denn? Dahinter, hier. Ach so. Warte. Hier. Danke. Wieso ist denn das... Hey, das läuft ja von alleine, oder? Was hier? Hm. Guck mal. Ich weiß, ob das schwimmen kann. Der Heli klaut uns. Okay. Legen wir uns mal hier auf die Lauer. Ist untergegangen. Dann schießen wir ihn ab. Hey. Ach, da hinten ist der Heli. Hm. Flatter, flatter. Wie stockt das heute? Echt ganz schön. Ja. Hä? Okay. Hey, die haben das ganze Eis aufgefressen. Wer war das? Nichts. Nichts. Ich zerflatter jetzt erstmal hier so ein bisschen die... Heli, Heli, Heli. Wo ist denn Heli? Ich hab doch Angst. Boah. Scheiße. Boah. Hey, du griffst mit diesem... Boah. 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 Er hat's aber... Boah, jetzt hat's ihn zerlegt. Ja. 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 Er hat's echt zerlegt. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Fährt einer mit dem Schiff rum? Boah, hier. Stücke kaputt machen aber. Ah, ne. Heli, das steht da rum. Ist doch ganz... Ja, ist ja geil. Warte mal. Wo steht doch jemand? Panzer oder nicht? Hey. Irgendwo ist hier gerade noch explodiert. Irgendwie ist hier voll die Bugs, Alter. Hier war doch gar nur der Heli. Wo sind jetzt schon wer hin? Der ist weggeflogen. Ach. Hey, diese Rumkrabbelerei, wenn du dich hinlegst. Oh, ich bin befördert worden. Ich komme. Ich komme. Blankbänder erscheinen. Boah. So, jetzt halten wir die Gegnerseite. Ha, ha, ha. Ah. Ah, ne. Oder doch? Ne? Ne? Ne. Ne, doch. Ne, doch. Was denn jetzt? Aha. Ich gehe da nun mal. Falschirm springen. Ich sehe dich. Ich bin oben. Ich warte auf dich. Okay. Okay. Objektiv Charlie wurde neutralisiert. Ach. Ruf, du mache weiter da unten. Follow. Wir haben übrigens zwei Verlaken. Hey, hey, hey. Objektiv Charlie ist fertig. So. Objektiv Charlie. Jawohl, genau. Ähm. Charlie. Delta. Äh. Weck, wo... Was? Oh, da unten. Was? Hier im Schiff. Kann man hier auch runtershiften? Ne, oder? Wo? Boah, jawohl. Ein Treffer. Das tat eh. Oh, ne dicke Granatwerfer schießt auch noch auf mich. Guck mal, wie er abhaut. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Voll mit der RPG, weißt du. Ich hab nix gesehen da. Oh, guck mal, jetzt schießt der von da unten. Eieieieiei. Bye, bye. Ah, das war daneben. Und war daneben. Wow. Was? Was? Obwohl... Kein Zielwasser getrunken. Ja, mit der RPG, also, ne? Ich hab keine. Wo hin? Ah, da drüben bist du. Ach, gut. Geh in Deckung. Gut der Schie. Ich weiß aber nicht, wo er hinschießt. Komm her, ich mach dich mit dem Berg durch kaputt. Ich schwör dir. Guck mal, wo der hinschießt. Ey. Ich komm... Ey, den hol ich mal. Achtung. 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 Ohh, 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 ohh. Ja, klar. Das war gut gedacht. Aber geschissen hat sie noch. Aber du brauchst 100 Schuss, um die Mühle klein zu kriegen. Ja. Das ist echt heftig. Uiuiui. Hier hinten lag doch mal irgendwo noch ne Wasche rum oder nicht? Ja, den hat schon der andere verballert. Ah, nö. Au. Ich hoffe mal, die hast du gemerkt. Nein, überhaupt nicht. Wo, was war das? Boah, mit dem Heli. Ist doch schon mit dem Heli unterwegs. Jetzt wurde sie aber flankiert. Ich brauch unbedingt eine andere Wohnung, verdammt. Oder Muni. Muni wäre auch schön. Ja. Weißt du, du kannst aber nicht alles haben, ne? Aber warum? Ich will aber. Also, dass sich die Fahrzeuge in das Leben selbst regenerieren, ist auch irgendwie, na ja. Ui. Aua, was war das? Da kommt der Heli von oben. Ey. Ist doch nicht mehr wahr. Nein, nein, nein. Guck mal, ich kann in den kaputten Boot spawnen. Oder wie? Ich muss mich da erstmal ein bisschen erholen, ne? Weil irgendwie verblut ich hier gleich. Soll ich mal Hubschrauber? Ich und Hubschrauber, das geht nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger fliegen muss. Kriegt er wieder zwar? Ui. Ha 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 ha. Hubschrauber außer Kontrolle. Aaaaaaah Woll ich drum mit mir? Ja da schießt ihr eben Raketen auf mich ey THC der Ranzige Träbst noch ne? Versucht da C zu holen? Ich hab keine Ahnung Jetzt ist das Qualm da aber böse Oh hohohoho das hat sie zerlegt wuppa wuppa boah hier steht aber alles im Weg ja und jetzt zu LEVOLUTION Mh Das ist ja die die Was war das denn? Ich habe gerade mal eine Marv weggemacht. Boah, wie kann man da runtergehen? Mit der M32MGL. Der Sack. Meinst du den Granatenwerfer? Ja. Ich kann kein ähnliches durchspielen. Wieso kann man eigentlich die anderen Gebäude nicht zum Einspritz bringen? Levelution und so. Du sollst damit keine Scripts geschrieben haben. Sollen sie es mal machen? Habe ich keine Munen mehr. Scheiße. Aber immerhin kann man Mauern ein. Du hast den ganzen Granatenwerfer verballert? Nein, ich habe ihn gar nicht genommen. Jaja, genau. Hä? Ohne Wind? Hilfe! Hilfe! Komm mit dem Panzer durch die Gasse? Natürlich nicht. Was mache ich als Fußgänger? Was mache ich als Fußgänger gegen Panzer? Wenn ich eh schon angeschlafen bin. D4! Ja, super. Wenn man es hat, ja klar. Oh, Cortexisarte. Ja. Warum höre ich hier noch einen Panzer? Das ist unserer. Oh, wie diese scheiß Pulle haste, ey. Oh, die Poller kann man runter machen. Ich weiß. Da haben wir der Panda. Warum schießt der eigene Heli von unserem Mund? Was? Das Geilste fand ich eigentlich weh. Okay. Boom. Hi, Helmchen. Ey, wer war das? Boah, Marv! Ich bin mal rüber geschwommen. Vorsicht, da ist irgendwo ein Marvin, der einen killt. Oh ja, irgendwie ziehst du gerade aus, als musst du... Ich musste mich übergeben. Nein, ey, Mavi. Schon haben wir nicht gewiddet. Super und auf dir ist voll. Ach, so liege ich dann hier. Okay. Wie viele Helis sind denn hier eigentlich abgestürzt? C2. Da, 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 da. Ja, ist klar. Ah. Eine hat er der Liebe von mir. Wie viele Heli kommen zu. Und da noch ein Heli? Nein, der kommt nicht. 2 hat er liebe Panzer. Ich bin kaputt. Der liebe Panzer. Das gibt's doch nicht, hehehe Ich bräuchte mal so'n Medi-Pack oder so Hat wer'n'n Medi-Pack oder so? Ich baue immer nur Scheiße Medi haben wir, ähm, keiner, nein Okay Boah, der Heli ist grad so richtig schön explodiert, fein, fein 109er-8 ist noch den Hammers geworden Ja, dann mach doch mal Boah Ich wollte grad'n Panzer mit der kleinen Wumme kaputt machen, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert Was? Aha, man überlebt es also nicht von nem Falschen aus Ach, gut Was tun Oh, was ist er für um Falsch? Ah, das ist ja effectively Franzer Irgendwo kommt der ein Panzer rum und in der Hütte drin oder was? ja, ne unten ne unten und noch ein Panda, oh ich geh mal in Deckung ui ich bin mal in Deckung gegangen hier hä? Capturing? hä? oh mein na, scheiße ich bin mal in Deckung gegangen hier boah, ich muss mal in Deckung gehen hier boah, Scheiß, Alter ja, holt er den Granatenabwerfer raus pfff Mann, da ist er daun ne, immer noch nicht boah, da schiebt einer von oben in Scheiße boah, Mist hh Max Heli Hh kill that in Action hh hh mh hh ha Marvin ich brauche so viel Scheiße, dass ich es selber nicht mehr antun kann ich kenn das, immer ich auch permanent Irgendjemand schießt hier rum. Ich bin's nicht mehr, ich bin raus. Wie du bist raus? Ja. Bist du jetzt rausgegangen? Oh, da ist einer mit dem Heli hier gelandet. Hat aber toll gemacht. Boah, ruckelt das. Ich hab hier gerade einen erschossen. Woher hat er geschossen? Da sitzt ja doch noch einer drin. Reparieren mal. Guck, jetzt wieder ganz. Nein, 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 nein. Ähm, schießt du jetzt vielleicht auch irgendwann mal? Wär ich. Oder der ist im Panzer. Ich sit gar nicht im Panzer. Ich hab doch gerade nur den einen verfolgt, weil der aus dem Panzer ausgestiegen ist. Sonst hätte er dich gekillt. Boah. 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 Als Panda-Fahrer steigt man niemals außer einem Panda-Auto, wenn man tot ist. Ja, aber was sollte ich denn machen, wenn die da hinten rumrennen und dich killen? Das geht nicht. Oh, ich hab 200 Punkte für Heli bekommen. Wahnsinn. Carabiner, Syncrums, oje, oje. Punkte. Boah, du Scheiße, was Punkte. 10.500 Punkte. Was? Was hat denn die Ma? Wo ist, wo ist Marvin? Raus. Wie, du bist komplett raus? Was machst du? Ah, aber es ist 3 Uhr. Langsam könnte man mal über Kaffee trinken nachdenken. Ah. Langsam könnte man mal über Mittagessen, Achtung. Hab ich schon hinter mir. Oh, so richtige 400 Gramm.